Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Fahndung der Anwerber und es geht mal wieder weiter. Ranger ist aus dem Fronturlaub zurück, wieder voller Tatendrang und die Aufklärung hat uns neue Daten geschickt. Und zwar die Fahndung Jack Arnold ist jetzt hier freigeschaltet. Jack Arnold? Ist das nicht eine Frau? Mel Arnold? Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht mit der Namensgebung. Und mir hat ja auch jemand geschrieben, nachdem ich ja so ein bisschen vermutet hatte, das wären Geschwister, könnten natürlich auch und werden es auch höchstwahrscheinlich eher ein Ehepaar als Geschwister sein. Also auch das ist möglich. Vielen, vielen Dank dafür hier für den Kommentar dazu. Aber nichtsdestoweniger, ich glaube, hier stimmt trotzdem irgendwas nicht, weil die Namen sollten wohl umgekehrt sein. Also für mich sieht die Dame da oben nicht nach einem Jack aus, sondern eher nach einem Mel. Okay, soweit so gut. Wir sollen rüber zu West Potomac Park. Dort werden wir also wohl entsprechende Einsätze und entsprechende Informationen finden und zwar am Washington Monument. Da sollen wir hin. Und das wird wohl hier sein. Zu diesem Kontrollpunkt, da müssen wir hin. Also, ich sage nur, Ranger, walte deines Amtes. Es geht los. Wir stürmen und stürzen uns in den nächsten Einsatz, um wieder Geißeln zu befreien. Und hier die Schlosssiedlung noch leistungsfähiger und vor allen Dingen schlagfähiger, schlagkräftiger zu machen. Okay. So, da vorne sind die Collagen. Da vorne scheint... Ne, das ist... Oha. 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 Okay. Ups. So, mal ganz kurz gucken, ob der Sound zu weit passt. Ich denke, es ist laut genug. So, da läuft noch einer, oder? Weißle? Wusle? Ist da noch was? Ne, glaube ich nicht. So, auf geht's. Da müssen wir hin. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Da war die U-Bahn-Station. Das haben wir schon mal abgehakt. Oh ja, ist ja noch ein gutes Stück. Ist ja noch ein gutes Stück. Ups. Oh, da wechseln wir besser die Waffe. Rotzen wir mal richtig rein hier. Und immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Sehr gut. Nehmen wir mit. Washington Monument. Noch 400 Meter. Oh, das hätten wir auch ein bisschen schneller haben können. So, die Drohne zeigt uns ein bisschen den Weg und hält uns den Weg frei. Oh, da vorne ist wieder was. Da vorne ist wieder was. Schnubbel die Schnupp. Und ein bisschen hier in Deckung gehen. Ah ja. Okay. Dann werfen wir da mal was hin, um die linke Flanke zu decken. So, so, so. Okay, okay. So weit, so gut. So weit, so schön. Da tut sich was. Darum soll sich die Drohne... Oh, hallo. Hallo, Freunde. Was? Was? Wie? Wer? Wo? Wen? Kann ich irgendwie, äh, zur Hand gehen? Ach, die sind da hinten, äh, zugange. Ne, ne, das, äh, macht ihr mal bitte alleine. Ich habe da ein Date hier an diesem Monument. Schubidu, schubidu. Eigentlich hätte ich die Kollegen fragen können, ob die mir helfen. Höchstwahrscheinlich werden die sowieso gleich kommen, wenn ich meine Signalpistole abschieße. Okay. Bis jetzt ist die Luft rein. Aber da stehen sie schon, da stehen sie schon, da stehen sie schon. Augenblick, warte. So. Bringt das was? Oha, der Kollege ist, äh, genau. Genau, genau, genau. Oh, Scheibe, da ist ein Scharfschütze. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Huch. Okay. Upsala, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir uns da hier in Position bringen. Oh, ja. Oh, ja. Und wir sind noch nicht nah genug dran für unsere Collagen. Ja, da müssen wir nämlich noch hin, hier. Komm, robb dich ran. Ja, iron. Aber jetzt hier. Einmal Signal raus. Ja, das will ich auch schwer hoffen. Ups, ups. Feurio, Feurio. So, wie machen wir das am geschicktesten? Oh. Wir brauchen vor allen Dingen unsere Drohne, beziehungsweise unser Geschütz. in einer guten Position. Ah, ja. Ah, ja. Oh, shit. Shit, shit, shit. So, jetzt aber. Oh, da kommt einer. So, jetzt aber hier hinter dran. Und dann sind wir wieder im Geschäft. Oh, nee. Ups. Ah, nein. Runter. Entdeckung. Mein Freund. Nicht die Welt durch die Gegend springen, wie ein Assassine. Die sind irgendwo da auf der Seite. Das macht mir gar keine Freude. Irgendwo da drüben. So, was passiert hier? Wir spurten mal nach vorne. Ah, ja. Da ist der Kollege. Da ist der Kollege Sanitäter. Der muss weg. Der muss raus. Ich sitze in der Falle. Ja, so sehe ich das auch. Dankeschön. So. Jetzt ist die Frage, da drüben wieder Scharfschütze. Wie kriegen wir den aus dem Spiel genommen? Mit der Drohne. Oha. So, wo sind denn mittlerweile meine Verstärkungen? 39 Meter Übernahme durch Verbündete. Ja, wo denn? Wo denn? Wie denn? Wer denn? Ja, jetzt höre ich was. Ja, toll. Hinter mir. Ich glaub's nicht. Hat sich da einer von hinten angeschlichen? Ich glaub's ja nicht. So, sind da drin welche? Ja, die räuchern wir mal aus. So, was tut sich hier noch? Da drüben ist noch einer. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo sind denn jetzt eigentlich meine Kollegen? So, da tut sich noch was. Ach, da sind sie. Gut. So, da kommen vermutlich jetzt gleich noch welche raus. Oh ja. Jetzt kommen sie wieder aus allen Löchern gekrochen, die Kollegen. Aus allen Löchern. Aber den hier schnapp ich mir. So, was haben wir da? Ups. Mal kurz weg hier. Kurz weg hier. Und nach oben, würde ich doch sagen. Ja, das geht mir ähnlich. Dieses Gefühl kenne ich auch. Ach du Schande. Weg damit. Oh, weg damit. Ja, das liest sich doch gut. Kontrollpunkt gesichert. Registrierer zusätzlicher Feindkontakt. Äh, war klar. War klar. Das war klar. Ups. Und einmal hier rüber. Ja, der macht mir kein Freit. Der macht mir das. Genau das hatte ich mir gedacht. Ja, ja. Jetzt wird der hier ein bisschen wild hier, der Kollege. Der wird richtig wild. So, was ist los? Was ist los? Wer spricht da? Komm. Du kriegst... Ja, alles was ich habe. Alles was ich habe. Nur für dich. So, jetzt aber hier. Der Kollege. Ja, das nimmt wieder kein Ende hier. Bitte die rechte Flanke. Die rechte Flanke. Die rechte Flanke. So. Genau. Wo kommt der? Da kommt nochmal was. Ai, 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 ai. Freunde, Freunde. Dann teilen die sich auf clever, wie sie sind. Und ich habe keine Munition mehr. Aber ich habe ja noch meine große Bumme hier. Den Peacemaker. Der ist tot. Hier stirbt niemand. Ja. Abtrünniger Agent entdeckt. Ups. Abtrünniger Agent. Wo? Hinter uns, oder? Das gibt er schon. Ist es nur ein Agent? Oder kommt da noch einer? Ai, 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 ai. Weg. Wir brauchen sowieso erstmal Munition. Wir müssen irgendwo ein bisschen Munition aufsammeln. Rote Freaker Suchermine entdeckt. Okay, okay. Das wird wieder Action mäßig. Da haben wir dann Spaß. Sind zwei, oder? Ich bin mir sicher, es sind... Natürlich sind es zwei. Es zeigt ja auch zwei an. Dann holen wir mal hier Raketen. Dann gehen wir wieder nach oben und dann können wir den ein bisschen einheizen. Na, komm hoch. Ah, jetzt muss der noch mal hin. Schauen wir mal, was der andere Kollege macht. Jetzt. Clever. Clever. Die Jungs sind clever. Clever. Ach, du Schande. Ach, da kommt ja noch mehr. Von dem Gesocks. So, aber wir müssen uns eigentlich um die hier kümmern. So, die Flanke hier decken. Und die Drohne kümmert sich um ihn hier. Au, 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 au. Da hat mir aber einer einen richtig verbraten. Komm, dich kriegen wir weg. Dein Stündlein hat geschlagen. Ach, da hinten. Da hinten. Scharfschütze, oder? Irgend so was. Dann kümmern wir uns jetzt um den anderen. Der ist auch schon ein bisschen angeschossen hier. So, wo springt er denn rum? Da springt er rum. Ne, wo springt er denn? Da springt er rum. Dann schauen wir noch mal, ob jetzt vielleicht... Ja, jetzt noch ein bisschen hier. Sehr gut. Oh ja, irgendwas tut sich hier. Irgendwas brennt. Okay, okay, okay. Da drüben haben wir noch ein bisschen Action. Ja, komm, warte, warte, warte. Jetzt weg. Ja, sehr schön. Mein Geschütz arbeitet. Jetzt, mein Geschütz arbeitet. So. Die nehmen aber auch wirklich keine Rücksicht auf den Mittag. Ups, 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 ups. Dröhnchen. Ja. Ah, die Situation hat sich beruhigt. Das gefällt mir. Wir können jetzt zum Einsammeln gehen. So, hat's da drüben noch was. Sehr schön. Dann haben wir den ersten Teil jetzt geschafft. Und... Den Kontrollpunkt eingenommen. So, da links tut sich was, aber das ist weit entfernt. Das muss uns nicht interessieren. Dann gehen wir noch schnell. So, haben wir da noch was? Ja, da drüben gibt's noch was. Dann gehen wir noch schnell in den Vorratsraum. So, das nehmen wir mit. Haben ist immer besser als brauchen. Das wisst ihr. Ja, ja, ja. Wir wollten so vieles, wollten wir. Als wir noch jung waren. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da hat's noch was. Da kommen wir nicht runter. Da geht's runter. Was? Nicht immer in der Hälfte des Satzes aufhören. Unfassbar, die können keinen vollständigen Satz bilden. So, wir räumen hier ein bisschen aus. Aha. Haben wir da noch was? Gibt's da noch was? Da gibt's nichts mehr. Da kann man hoch. Ist da noch was? Nö. Nö, 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 nö. So, das nächste dürfte dann jetzt wieder ein Kopfgeld sein. So vermute ich. Und sie vermuten richtig. Okay. Aber jetzt erstmal wieder auffüllen. Wo haben wir denn da vorne? Haben wir doch die Moon. Ich kam mir ein bisschen nackig vor, gerade eben. als alle Magazine aufgebraucht waren. Okay. So, dann lasst uns mal schauen. Wo geht's dann als nächstes hin? Ein Kopfgeldeinsatz. So. Okay. Ist eigentlich Kopfgeldeinsatz gesprungen, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Kopfgeld aktivieren. Bestätigen. Und die sind ganz in der Nähe. Das gefällt mir gut, Freunde. Dann wollen wir da mal hin. In diese Richtung. Dann schnappen wir uns die doch mal. Äh. Ne, diese Richtung. Jaja, hier. Tarn, täuschen, auflockern, ne? Genau, da geht's lang. Sehr gut. Unser Ziel ist in der Nähe. Da liegt auch noch ein bisschen was. Da liegt auch noch ein bisschen was. Äh. Okay. Die wollen aber, glaube ich, nicht uns an die Wäsche. Aber wir gehen denen an die Wäsche. So, jetzt, ähm. Diedel, dumm, Diedel. Ach du Schande. Das wird, glaube ich, etwas spannender. Okay. Dann nehmen wir wieder Granaten mit. Die können wir immer gebrauchen. Die können wir immer gebrauchen. Und da müssen wir jetzt irgendwie hin. Ach, das ist wieder diese Geschichte. Wo ich doch immer als die Eingänge nicht finde. Eieieieiei. Da tue ich mich doch immer so schwer. Jungs. So. Okay. Wir sind da. Und, äh. Wie es hier jetzt weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und zwar in der Division 2. Wir spielen die Fahndung. Und wir sind jetzt unterwegs, die Ziele zu neutralisieren. Schmitty und Shorty. Also, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder hier einschaltet, bei mir auf dem Kanal. Und, äh. Bis dahin sage ich, Tschüss, Schatiojo. Euer Baden Farmer. Bis dahin sage ich, Wir lassen, bis dahin sage ich, bis dahin sage ich, bis dahin sage ich, bis dahin sage ich, bis dahin teams. wnalnız. bis dahin. bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020